Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7Days2Days. So, wie war das? Der hier hat glaube ich keine Muni mehr. Doch, hat er eh, aber nicht nachgegangen. So, ich bräuchte mal Eisen. Ich glaube, ich werde jetzt echt mal Eisen holen gehen müssen. Rezepte. So, das war gerade der Miner. Das heißt, wir können beim Miner hier mal drauf geben. Bei der Hauptader hier mal drauf geben. Schwere Rüstung können wir noch nicht, okay. Schatzsucher, warum wir den? Man. Man kann es 10% mehr Gegenstände in vergrabenen Schätzen finden. Das wäre zwar ganz nett, aber man. So, wie schaut es mit den General Perks aus? Okay, was macht der Tyrannosaurus? Ein Punkt. Okay. Ein Punkt. Geht noch nicht weiter. Ausdauertraining. Weiter. Laufen und Schießen. Eisern am Magen. Ähm. Ja. 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 Peter Barta auf jeden Fall. Modis Firescrafting wäre jetzt nicht zu schlecht. Schauen wir dann. Lassen wir das mal die zwei. Packesel, nein, Bulls Crafting, nein, Salvage Crafting, oh warte mal, Harvest extra 50% Morris, ja okay. Dann muss ich das ja leveln, das wahrscheinlich auch. Okay, damit sind wir eh schon wieder durch, tiefe Wunden, es ist nicht mehr ausgegangen, sollten aber auch, kostet aber auch schon zwei Punkte. Die Altstoffsammlung wäre auch, ja gut, wir brauchen mehr Punkte, wir brauchen mehr Bücher, wir brauchen mehr Punkte, wir brauchen eigentlich mehr von allem. Ähm, Eisen und Quests. Na komm her, du Zombie-Dame. Na komm. Oh. 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 Das war's. 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 wasser aus der wiederherstellung auch uninteressant uninteressant du hast das mit der laufgeschwindigkeit das ist zwar interessant wenn ich weiter strecken laufen muss aber nicht zum kämpfen gut also den eiskopi hätte ich gerne aber so essen haben wir mit das ist das handeln gehen wir mit und das ist mehr ausdauer mir was nehmen wir es mal mit ist ja wurscht so da haben wir ja wahrscheinlich habe ich hier schon einiges weg gemacht damals auch noch nicht wusste das nachschauen sollte aber da sieht es gut aus haben wir doch noch wenn wir uns mal kurz darauf machen wir uns hier ein bisschen mit eisen auf normal also wie werden zucker daher geben werden den turm den gefühlten turm hierher stellen wir nehmen uns die pilze mit zucker ach weißt du was fangen wir damit an schauen wir nach die hat mich jetzt überhaupt nicht geschreckt manche dachten was ist jetzt für gut da gedanke ich mich schon dabei die schaufel raus zu holen irgendwie das ist jetzt gut das heißt zuerst einmal kann man jetzt hier rundherum abbauen ich habe noch keinen kelig gesehen so wir könnten da mal wieder einen nehmen ich da 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 Ich bin hungrig. Sag mal, ich will doch ganz gemütlich abbauen. Ist das zu viel verlangt? Untertitelung des ZDF für die ZDF für die ZDF für die ZDF für die ZDF. so eben nachladen jetzt wird es dann eigentlich interessant so haben wir da mal kurz weiter und er ist ja quasi auf meiner leiche gestorben auf meinem rag so mal ein bisschen holz sicherheitshalber machen wir mal holz draus ich bin da wieder hungrig nein wahrscheinlich noch immer ich habe sie quasi einfach ignoriert bei gesundheit ok dann könnte man auch gleich noch armenformen herstellen achst du mir ist das ne makita hat geschritten das klingt nachher gut nicht hier da ich will ruhig gut ja so 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 da ist auch noch da ist auch noch ok ok so 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 fleißig ja kann man mal eins mitnehmen aber warum eigentlich nicht dann haben wir noch zu hause wo ist er gar nicht nur ausgang ja ja bitte das dann auch mal eben ein messer an die leckeren sachen ja hier nicht einfach liegen lassen das fleisch kommt freiwillig zu mir wo ist er denn da 20 uhr wie viel haben wir jetzt 3000 da könnte man ruhig noch mehr holen ja ja so so ist es gut funktioniert natürlich nur so solange ich noch halbwegs weit oben bin wenn ich weiter runter gehen wird das ein problem so das bleibt man ja gar nicht ich will das eisen haben so und danach könnte man anfangen das messing einzuschmelzen das plein zu schmelzen polenitrat ja gut dann können wir schon am genetisch können wir schon und wir hätten alles dafür ja oh das ist Das war's. Und noch eine Stufe wäre allerdings auch angenehmer. Und noch eine Stufe. Auch schön, Steiner. So. 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 Verdammt ruhig. So. 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 schon mal mehr als wir die letzte Zeit so hatten. Oder als wir überhaupt hatten. Ein paar Minuten kommen wir noch, aber dann sollten wir zurück. Steine schaden auch nicht, habe ich gehört. Kann man dann steinern. 1700, okay. Ich glaube, dass wir gar keine mehr hatten, ist das jetzt okay. So, jetzt sollten wir zurück. 70, 80 und 90. 78, ne, nicht ganz, okay, gut, egal, wird reichen. So, wohin mischen wir? Äh, darüber. Also hier, hier quasi. Blöcke. So, nehmen Fahrrad heim. Gut. Cool, haben wir sogar noch näher. Dann, boah, gut, wollte ich wissen. So, hinauf mit dir. So, das da sollte fertig sein. Genau. So, da kann man hier mal sagen, gibt ein, was reinpasst. Ähm, hier auch. Und da drüben auch. So, da gehört noch der hier hinein. Das gehört da hinein. Okay. Die sind noch leer. Ja. Die Hand nehmen. So, gehen da zum Beispiel. Gut. Also, wir haben da ein bisschen Holz. Das können wir umarbeiten. Dann können wir die Hälfte vom Eisen nehmen. Wir könnten das hier nehmen, das hier nehmen und die Steine haben wir hoffentlich. Also, warte mal, das könnte man da hergeben. Mach's nochmal eine Stunde circa. So. Stahl. So. Das kostet 10. Das kostet 7 Eisen. 3 Leben. Alles. 7. 3. 10. 5. Ja, aber da wäre ich ja doof, wenn ich das mache, wenn ich das hier habe. Hm. So, raus da. Die Fee dann. Wir haben 121 davon. Rezepte. Machen wir mal. Eisenpöle. Dankeschön. Heute haben wir dann bald 500 Eisenpöle. Ist auch okay. Hier kommt da rein. Wenn wir kurz nehmen. Ähm. Wo ist mein Holz da? So. Chicken Nuggets. Ist okay. Super. Paparoni Pizzen. Baked Apple. Okay. Machen wir's mal so. Aufräckchen. So. 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 gut dann haben wir noch einen platz gut er ist schon wieder fertig jetzt hapert es an dafür was hatte ich das jetzt braucht für die workbench dächtresch klebeband schrauben die an echt beschrieben und schrauben was noch jetzt sind wir noch nicht sonst noch anderes an menschen oder ähnliches die chemiestation könnte man machen genau da fehlt mal ein bisschen geschmiedetes eisen wenn du nichts anderes machst dann kannst du es machen das ist der stahl der kann von mir auch noch sieben noch messbecher kochtob messbecher gut rekochtepi sollten auch noch hinkriegen kurzes eisenrohrenflasche mit säure das ist eine 2 ok Okay. also die chemiestation bitte danke was haben wir noch da 20 geschmiedet das eisen elektrische teile elektrische teile 20 geschmiedet das eisen er ist das für dieses gleich ich bräuchte 20 der schlafsack so was können wir hier bauen advanced cement mixer 10 50 geschmiedetes eisen machbar das ist alles mach also macht noch mal 50 davon schon noch 35 so was war das jetzt irgendwas wollte ich damit herstand irgendwas davon wollte ich damit herstand war das nicht der liebe band liebe band liebe band ja sollten wir warten bis der chemistisch fertig ist da komme ich dann langsam drauf dass meine wohnung klein ist das weiß ich eh so haben wir ihn mit aber ich muss mir da das rausholen muss ich eigentlich gar nicht die Untertitelung des ZDF, 2020 Okay So, das kann dann auch mitkommen Gut Also Gehen wir mal für 20 Minuten rein Und sagen 5% cheaper Ah, okay, da steht es dann eh dabei Das kann ich schon machen Gut Gut Ein und ein und ein Da ist ein So Okay, da ist schon lieber fertig Ja, ich brauche einen anderen Platz dafür Hier kostet er 220,20 Schauen wir mal kurz hier Aber ich nehme an, Kosten sind die gleichen, oder? Ja, fertig So, was ist mit dem da? Was fehlt mir da noch? Zwei Motoren Und mechanische Teile Also eigentlich nichts, was normal ist Achso, den kann ich nur dort fahren Hä? Ich möchte ein Research Desk ab, den machen wir hier Moment, wir essen gleich Alter Alter Ich mache schon sieben Peperoni Pizzen Und dann, wenn wir uns Musik Er braucht 36, was ist das, 5 Minuten, das sind 40 Minuten. Ich nehme noch ein bisschen was dazu, damit er auch wirklich fertig wird. Der hier ist bald fertig, in 3 Minuten. Der hier braucht noch 2 Minuten. Aber ich sage ja, mein Haus ist klein. Wir müssten das irgendwie anders bauen. Wir könnten wieder so eine Zombie-Vernichtungswelle bauen. Und schauen, ob das in der Mod klappt. Das könnte ich machen. Gut, ich würde aber sagen, für heute reicht es wieder mal. Ich habe eh schon wieder getrieben. Ah ja, ich weiß, es ist ein Maldamm. So, das kommt alles hier rein. Das kommt alles hier rein. Das kommt auch hier rein. So. Ihr seid hier beschäftigt. Jetzt ist es mir egal. Jetzt könnten wir Steine dazunehmen. Ah, Steine haben wir eben im Moment da. Nein, wir könnten uns noch eine zweite aufstellen für das. Ich bin dann gespannt, was der andere kostet. Ja, aber nicht mehr heute. Das werden wir heute nicht mehr sehen. Nein, tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.